Auf Schalke erwartet uns erstmal eine sehr, sehr laute Atmosphäre, ich habe das persönlich miterlebt, dafür musst du bereit sein als Spieler, dafür musst du bereit sein als Mannschaft. Dann ist es natürlich ein bisschen wie ein angeschlagener Boxer, auf den wir treffen, für mich eine Mannschaft, die individuell sehr, sehr gut bestückt ist, die speziell auch zu Hause einfach eine andere Art und Weise hat, wie sie Fußball spielt, sie haben sehr, sehr gute Spiele schon gemacht. Ich weiß nicht, was intern abläuft bei ihnen und deshalb tun wir gut daran, den FC Schalke als Fußballmannschaft zu sehen, als sehr, sehr gute Fußballmannschaft mit vielen guten Einzelspielern, vor denen ich einfach großen Respekt habe und unabhängig von ihrer Tabellensituation sind sie in der Lage, jeden zu schlagen. Es ging um deinen Geburtstag und wir hatten gefragt, ob du schon einen ausgegeben hast und er sagte, nee, du hättest aber eine Überraschung für nach dem Training angekündigt. Was war denn das? Das war ein gesunder Foodtruck. Was gab es da? Da gab es Gemüsekebab, Veggieburger, also alles nur gesunde Sachen, ja. Das ist einfach von mir ein Dank an sie gewesen für ihr Engagement, für ihren Willen, den sie tagtäglich zeigen, weil ich glaube, dass es nicht immer ganz so einfach ist, unter mir Spieler zu sein, weil ich extrem fordernd bin und extrem Dinge oder viele Dinge auch abverlange. Und ich finde, dass das Leben auch einfach ein Geben und Nehmen ist. Funktionsteam und Medienteam durften auch mit essen. Vielen Dank nochmal dafür. Die waren besonders aktiv. Ja, das stimmt.